Hallo und herzlich Willkommen, wir sind back in, ihr habt es erraten, ihr habt, da ist er auch schon. Richtig, guten Abend. Da schießt was auf mich. Ich wollte gerade sagen, ich dachte schon du warst das, aber das geht ja nicht, doch. Es ist kill. Richtig, so müssen wir jetzt weitermachen, weil du bist der Einzige, der hier mit mir mithalten kann. Tempo technisch. Oder ich mit dir, wie auch immer, da ist ein Schild vor dir. Ich hoffe, das sieht sporttechnisch ähnlich aus. Ja. So, ich höre hier irgendwo Fahrzeuge aufladen. Wenn du denn genau in den Schiffskurven fährst, wie ich, wir fahren da hoch. Ja, tun wir. Ja, du ja, ich ja, genau. Scheiße. Warte, aber ich werde dir folgen, wenn ich denn kann. Ich bin jetzt gerade oben auf dieser Brücke. Brat jetzt irgendwie schon auf die andere Seite der Karte. Ja, es kann sich nur noch um Stunden handeln. Oder kommt es wieder runter? Ah, da ist Wasser. Alles klar. Ja, ich habe dir auch so einen Augen verloren. Brücke, Brücke, da bin ich auch. Ich bin jetzt unterhalb der Brücke. Brat aber jetzt schon wieder weiter. Da ist ein Gegner. Ja, ich sehe dich. Wenn ich an diesem Taktus hier vorbeikomme, bin ich hinter dir. Jawohl. Du bist gestorben. Ich bin nicht gestorben, nein. Ich habe getötet, aber ich bin nicht gestorben. Ich habe getötet. Ich habe getötet. Ja, au, ich drehe schon wieder einen Kreis, den ich gar nicht wollte. Ja, das Problem hatte ich nämlich eben auch. So, ich sehe dich. Ich komme dir nach. Und da ist wieder gleich ein Gegner. Ja, aber wenn ich dich die ganze Zeit hinterher fahre, kriege ich keinen Killer. Na klar, immer drauf. Jawohl, zack, da ist er auch schon. So, links über die Brücke. Jawohl. Die roten Punkte auf der Map verraten uns. Es ist nicht ganz so viel rotes hier los. Da ist einer. Boah, was heißt das hier? Ja, volles Feuer frei. Richtig, den haben wir noch. Ja, du, ja, ich bin neu gespawnt. Ach so, hat er nicht erwischt? Aber, hallo. Aber sowas von. So, ein Schwein. So, ich sehe dich aber schon, glaube ich, direkt wieder. Ich bin an so einem Hangar und tue mich wieder ein bisschen aufrüsten. Ja, ja, aber ich glaube, du kriegst jetzt Besuch von was fetten roten. Boah, nein, das fette Rote hat auch mich angesehen. Abgesehen. Anfragen wieder. Hahahaha. Der hat auch eine monströse Knarre vorne drauf. Ich habe mir gerade auch irgendwas gefunden. Ja, das ist an der Männer, ich habe irgendwas Kleines hier gerade. Hinter mir fährt keiner her. Ja, da habe ich mich vertan. Dann ist ein anderer Kollege, der jetzt in Nöten ist. So, ich bin auch wieder back auf Map. Ich werde mal schauen, dass ich dich hier wieder auftreibe. Hangar. Wie weit bist du vom Hangar weg? Ein Stück weit. Ich bin da, wo du vorhin abgeschmiert bist und versuche es einfach zu klein zu kriegen, was aber nicht sterben will. Ja, ja, ich komme. Du meinst dieses fette Etwas da, ja? Ja, richtig, da habe ich sie ja. Okay, ja, wohl cruisen wir. Ich brauche hier noch mal irgendwas zum reparieren. Ah, da drängt er ja hier. Ja, ich komme. So, schon ein bisschen besser. Die roten, die roten sind weg. Da, rechts von uns muss man roten sein. Nee, links. Ah, ich häng da unten am Hangar. Ich weiß nicht, doch das Rote hat, glaube ich, gewonnen. Oder ist das ein blauer? Ich, wenn die ein Schild drauf haben, sind die manchmal schwer zu erkennen. Nee, das sieht auch rot aus, oder? Ja, Antoine, ich komme von der Seite jetzt. Ah, ich fährst in den Schuss. Und Stoppable stand da gerade, was heißt das? An Stoppable, nicht Stoppable. Du hast gerade bewiesen, dem ist nicht so. Ich bin mir nicht sicher, ob die vielleicht weinen, weil ich weiß nicht, wie viele Kinder ich jetzt gerade hingelegt habe, ob das was damit zu tun hat. Was mir neu war, wir haben einen Sniper auf der Map. In unserem Team? Okay, das wollte ich wissen. Definitiv nicht. Weil diese kleinen Kisten hier rumliegen sind aber auch nervig, ne? Ja. Du. Okay, wo sind die Rote? Gibt es noch welche? Ja, den Sniper. Oh, der hat mir ein Bäcker. Meine Fresse. Das ist meine schöne Serie. Ah, nein. Preston war's, ne? Äh, ja, könnte sein. Ja, ja, ja. Das ist der Sniper. Der hat mich nicht gesnipert, der hat mir einfach voll vorn. So geknallt beim Augenblick zu fahren. Achso, probiert ihn noch runter zu rocken, aber er hat mich dann auch kurz an weg gemacht. So, aber ich glaube, ich sehe ihn da vorne wieder. Ich werde mal... Ich werde drauf lospreschen. Oh, ich glaube, ich werde gesehen. Oh, aber sowas, Mann. Ich komme, suche dir zu helfen. Du kommst, ich bin weg. Hast du so weggeplättet? Fanny Bauen, den Antonio, das war meiner. Aber ja, die sind weg. Da waren, waren wir mindestens mit drei blauen. Ja, wunderbar. Weil das sind schon fette Jungs. Ja, so jedenfalls sehe ich gerade. Ich glaube, ich sehe was Rotes. Das ist alles, glaube ich. Ja, siehst du, der umfährt das Ding gerade. Fährt aber auch nicht du. Ich stelle mich hier auf dem Rücken. Ich versuche möglichst schnell... Ah, jawohl. Ich brauche unbedingt Panzerung. Da unten. Helfen. Okay. Gut. Ja, das läuft ja hier. Genau. Wir und unsere Reifen, da unten, da unten. Da, ihr war. Dein Kill. Es war mir fast in vornherein. Ja, ich folge dir. Absichtlich oder? Ja, ja, absichtlich. Nein, nein, ich konnte jetzt früh sehen, dass du da runterfällst. Oh, Munition. Munition ist gut. Nein, du willst mir doch keinen Fahrstudier antun. Ah, ich kriege die Munition nicht. Ich fahre die Kurve außen rum. Ja, da ich in die Fahrt... Boah, dann fahr mal lieber schnell zurück, sonst bin ich gar nicht mehr da. Boah, ich bin nicht mehr da, weil antworten ist back. Scheiße, ich bin hier, ich hab dich explodieren sehen, aber ich stehe hier an einem Stein und komme nicht weg, da unten ist er. Ja, bleib lieber da, wo du bist. Ich glaube, da bist du erst mal sicher aufkommen. Ach, sicher ist mal zu kleine Mädchen. Aber ich hab ihn jetzt auch wirklich aus den Augen verloren und finde ihn nicht. Ja, ich bin aber relativ bei dir in der Nähe, hängt aber auch an so einem scheiß Kasten. Nee, bin ich gar nicht bei dir in der Nähe, ich bin am Hangar hier wieder. Ah, da ist er. Oh nein. Und er hat wieder gut Energie aufgeladen, aber ich glaube, es wird reichen. Nein, nein, er hat neue Energie, er hat neue Energie. Ah, das gibt's nicht, er hat mich noch lange gemacht. Hast du denn nichts gekriegt? Boah, ja, ich hab mehr Fettkill gekriegt, aber wurde direkt hingerichtet. Ach so, ja, ich hab ihn getötet, stimmt. Gleich, gleichzeitig. Ja, das hatte ich nicht gemerkt, ich dachte, es wäre verloren, die Nummer. Nein, 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 ihr seid beide gleichzeitig in die Luft gebrochen. Oh, da ist schon wieder was, da ist Preston irgendwas. Ja, ja, die ist bestens die, ja, der. Boah, Antonio, oder Antoine, hat mich schon wieder in die Luft gebrochen, oder? So, da hätte ich wieder was. Hat mich aber auch ordentlich Punkte gekostet. So, da finden wir was zum Reparieren, da gibt's neue Munition, ist doch super, ja, läuft doch. Oh, gerade nochmal hier Panzerung einem Sack, mal gucken, ob uns da wirklich was bringt. Boah, der hat mich ja runtergewemmst, schon gehabt. Boah, jo, ich hab auch gerade derbe einen abgekriegt. Boah, da ist er wieder, Preston DJ, oder wie auch immer er heißt. Jawohl, Preston DJ 2002, der geht mir auf den Sack. Ich glaube, den werde ich jetzt mal besuchen, da wo er steht. Wenn ich's denn finde. So, auf irgendwas fahren wir jetzt zu, da unten in der Mitte. Da ist er, der Preston. Ja, der ist heftig, der Typ. Ja, auf jeden Fall. So, ein Assi-Kill hab ich gekriegt, immerhin. Oh, mal gucken, dass wir die wieder auftanken. So, Preston hab ich. Ja, der ist auch einfacher als der andere Typ da. Fall ihm ohne, da ist er ja. Richtig, da wäre ich gleich runtergeschubst hier. Ja, wo sind wir jetzt? Ich weiß es nicht, ich fahr mal über die Brücke, da hat man meistens einen ganz guten Überblick. Und kann die auch nochmal, oh, wenn man nicht die Brücke runterfährt, wie ich das hier gerade wahrscheinlich tue. Ich fahr mir auch gerade wieder schwer rumgeballert, aber seht euch voll. Ich höre, es geht kaputt, es geht kaputt. Ja, hast Antonio in meine Arme getrieben. Ja, ich hab mal Artikel gekriegt und Preston hat ein Team gesichtet. Wir liegen nur zwei Punkte von den Jungs entfernt, ne? So, Preston hat jetzt aber gleich noch einen über den Sack bekommen. Wir sind auch nur noch zu viert, wenn mich nicht alles täuscht. Das mag sein, ich hab hier auch schon lange... Ja, ja, wir beide schon gegen die rote Fraktion. Hinter dem einer. Ah, ne, ist noch ein blauer. Okay. Ja, können wir ja eventuell tatsächlich noch ausgleichen? Jawoll. Quad Destruction, das heißt, ich hab jetzt vier d'einander gekillt, ja? Yes. Sehr schön. So mag ich weiter machen. Weiter machen, wir wollen ja ausgleichen. Ja, jetzt hänge ich hier unter der Brücke. Guck mal, guck mal, Timur klappt bei uns ja sogar mal. Nein, immer drunter. Ja, und also unstoppable heißt es dann ab einer gewissen Killreihe anscheinend. Ich hab ihn nämlich jetzt wieder unstoppable. Achso. Das heißt, ich bin unstopper, bis mir einer das Gegenteil beweist. Jetzt schon das zweite Mal. Schön. Ja, mach weiter. Bin ich ja gleich richtig auf die Statistik gespannt. Ich brauch die Gs. Ich auch, weil ich hab jetzt ja dieses komische Unterteil zwischen meinem Turm und meinen Rädern. Ich weiß nicht mehr, wie fies ist. Das ist ja jetzt Standard. Ich komme. Ich versuch's. Ja. Tag, läuft doch. Ja, wenn ich jetzt noch wieder hier... Da muss wieder was neu. Ich hab auf jeden Fall eine Errungenschaft, der Hexakill. Was auch immer das heißt. Was hast du gekriegt? Hexakill als Errungenschaft bei Steam. Ja, Hexakill ist 6-fach Kill. Oh, jetzt bin ich gerade nicht in deiner Nähe, weil du da ärgerst. Ich hörte mich noch klar. Hab's mal hingekriegt. Sehr schön. Boah, wir haben jetzt auch einen Buchfluss gekriegt. Alter, guck mal, da lädt er noch. Und scheitert der Pettus geschossen. Ja, da kommt man auch hoch. Tag! Quad Destruction, jawoll. Geht's auf. Ja, punktemäßig. Schau mal. Wir haben sehr oft ausgeglichen und liegen sogar gerade ein wenig in Führung. So muss das, wie ich finde. Antonio geht gerade oben auf den einen Hangar, auf den Hohn. Ja, ich wurde hier auch gerade... Wovon würde ich... Ach, da ist ja noch einer. Ah, und ich fall ins Wasser. So eine Schande. Ja, vorbei ist mit dem schönen Hexakill, was auch immer. Aber eine geile Runde. Nee, ich bin in den Wasser gestürzt. Achso. Ja, gut. Dann hast du dich ja nur selbst gestoppt, ne? Ja, geile Partie. Dafür, dass wir ein großes Deathmatch spielen oder Team Deathmatch, sind wir hier mit relativ wenig Leuten und haben trotzdem richtig Fun. Feuer frei! Stoppable! Ich hab's auch. Na, süß, ja. Ich hab die Krankheit auch. Mal gucken, ob wir das noch ein bisschen ausbauen können. Wir werden versuchen. Zack! Hexadestruction. Ja, ist er auch dein Kill? Ja, sie kriegst du heute alle Erhobenschaften, die ich auch schon geholt hab. Ja, macht sich tatsächlich bezahlt, hier mal ein Grüppchen durch die Gegend zu fahren. Ja, doch. Im Augenblick ausgezeichnet. Sag, ich glaube, du fährst auch was zu leicht links von dir. Boah, jetzt wurde meine Reihe auch gebrochen. Ah, ich glaub, der bricht mich auch noch durch. Ja, Alter. Ja, Mist. Sieben Kills trennen sie von unserer Führung. Bei zwei Minuten ist noch alles drin. Wird ja mal richtig spannend hier. Ja, auf jeden Fall. Okay, die sind gerade auf der Brücke. Anscheinend auch inzwischen zu dritten, die roten Brücke. Ich komme von hinten. Okay, ein Hammer. Und die anderen Hände. Ja, ich weiß es gerade auch nicht. Ja, hier unten, hier unten, hier unten. Warte, ich hänge am Stein fest. Wow, ich werde schon beballert. Aber der schon passt hin. Ja, hast du auch mal ein Salto rückwärts gemacht? Jo. So, ich hab die Kampen verloren. Ja, ich bin hier rumgefahren. Ja, 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 ich folge dir. Ich werde jetzt über die Brücke cruisen, denke ich. Okay. Denn da hinten tut sich was. Da klettert ein Sniper aufs Dach. Boah, übel. Und ihr wird ein dickerer blauer Panzer verloren sehen. Roter, ja, an Tonio. Tonier hat mich auch erledigt, leider. Gut, sieben Points liegen wir noch vorne. Ich denke, das halten wir auch noch. Eins, zwei können wir ja auch noch machen. Ja, können wir nicht, werden wir. Deren Spinner hat es aber nicht drauf. Der legt sich ja auf den Kopf, so wie ich am Anfang. So, den wollte ich jetzt nochmal killen. Da habe ich alleine keine Schraube. Ball um. So, zwei nochmal erledigt. Ja, ich bin auch wieder am Start. Oh, da kommt der Antonio nochmal. Ja, da konnte ich nichts mehr gegenhalten. Pass den den Weg einfach beraten, weil ich bin auch... Ja, aber nur angeschrammt. Nicht, nicht viel. Ne. Destroyed bei Antonio. Jo, fünf Kills fehlen die noch. Ja, in fünf Sekunden kriegen sie die nicht mehr. Ach so, ich sehe es gerade. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, jetzt müssen wir nochmal Gas geben. Ich würde sagen, da können wir mal sagen, jehaa, gewonnen. So, 16 zerstörte habe ich und achtmal war ich tot. Und? Oh, das war mein besseres Schnitt. Ich habe zwölf. Verstört. 14 Tote, aber 4G. 4G. Richtig. So ist es. Ja, und eine 15 Minuten Runde schon wieder. Ich würde sagen, das reicht ja auch mal. Mit das Ergebnis können wir nicht mehr toppen. Nein. Wir gehen jetzt shoppen. Wir gehen jetzt shoppen, richtig. Wir gehen rein, zu toppen. Ja, wir sehen uns in der nächsten Runde. Wenn ihr Spaß habt, Daumen hoch, gern gesehen. Richtig. Oder Kommentare und Tipps. Die rote Rakete. Was ist die rote Rakete? Leute, haut rein. Bis die Nächte. Macht's gut. Ciao.